Ah, Scheißendreck! Jeden Tag muss ich arbeiten! Woher kommt dieser ganze Müll? Weg mit dieser Scheiße! Guten Morgen, Baschkim! Guten Morgen, Afrim! Soll ich dir ein paar Albanische Burguera machen? Heute will ich zwei Hamburguera. Einen für mich und einen für Afrim! Alles klar, Afrim! Bis gleich! Hey, Mr. Krebsi, guck mal da oben! Ich glaub, da ist Sengoki! Was ist da? Afrim, ich brauche sofort Munition gegen Sengoki! Püree oder von Ofen? Frische Kartoffeln, Bier! Kein Problem, Baschkim! Baschkim, es ist alles bereit! Afrim, Informationen! Hey, Baschkim, das Urgenbi voll weit weg, glaub ich! Kokst du recht nicht dritt jetzt? Aaaa, Baschkim, pass auf, es gleich da! Wuuuuh! Sparte mal, Afrim, kok mal da! Kuma von One Piece! Scheißendreck! Bist du bereit liljenige called? Halo, Polizei? Waszırов! Waször! Gebe ich mir klar, vuelje. Halia Polizja! Was! Was?! Was? Was?! Wer ist da? Okay, Afrim ist, Rai! Jetzt komm Ketchup. Und majonese! Dieser Barschkiff! Bist du bereits, Sengoki? Jetzt kommt Superbarschkiff! Da kann meine Furz raus aufnehmen! Ich bin bitte, der Mayonnaise wiegt 1000 Kilogramm! Oh, oh! Ach, bläm, was ist das? Mr. Krimsie, da draußen ist der! Hier, Titan von Attack on Titan! Dann schließe ich die Tür ab! Abgeschlossen! Uh-oh... Ja, Toni, du warst das! Ha! Wo ist die... ...Formel, Planktoni? Plankton, du bist das also! Ich war das nicht! Du willst also die Formel für die albanischen Burger? Mr. Krebsie, ich schwöre dir, war das nix! Komm her! Mr. Krebsie, halt, stopp! Das macht Barschkin! Geht alle zurück! Planktoni, du willst also die Formel klauen? Die kann niemand klauen! Und jetzt kriegst du Schläge! Nein, nein, aaaah! Äh, warte mal! Mr. Krebsie, Entschuldigung, Planktoni war das nix und ich werde das beweisen! Entschuldigung, Mr. Krebsie! Ich komme bald zurück! Die beiden haben also die Formel für die albanischen Burger! Bis bald, Mr. Krebsie! Yo, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde! Freunde, das war, wenn Spongebob Albana wäre, der Film Part 1! Nichts vergessen zu liken und Glock aktivieren! Und Freunde, wir wollen einen neuen Spongebob-Film parodieren, deswegen schreibt in die Kommentare, Freunde, wenn ihr neue Part sehen wollt! Dann kommt am Sonntag der nächste Part und dann sehen wir uns am Sonntag um 15 Uhr! Freunde, nichts vergessen, liken, teilen und kommentieren, damit Algorithmus hoch geht und damit wir neue Videos machen, weil diese Freunde, diese Videos sind so viel Arbeit! Das ist Vegan-Support, da? Hallo, bye, bye!